Na Hallöchen! Wenn wir wieder ein paar Autos wegraben, dann soll das eigentlich klappen! Sagt niemand, dass man mit Pferden Mitteln spielen muss! Ich glaube, das haben wir auch wieder im Sack! Sieht zumindest bisher gut aus! Okay, wenn ich jetzt keinen Fehler mache! War knapp! Hätte es mich fast gedreht! 1, 2, 30 Sekunden früher als die anderen! Nice one! Dann haben wir hier gleich den nächsten Cop-Job! Und dann 2 Drogen-Razzias! Razzien! Tod durch 1000 Schnitte! Hier noch eine weiter! Obwohl wir das machen, können wir hier ein paar Leute noch wegschnetzeln! Ich hol mir schon mal euch einen Tresor hier! Ich muss hier mit einem Platz etwas aufzuhren! Oh nein! Ich habe den Tag lang dabei, ich brauche etwas zu sehen. das hätten wir ja gerne hört sich gut an Ice Cream ja sicherlich vielen Dank in diesen heissen Tagen braucht man Ice Cream ist echt viel zu warnen ja 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 Hey, was sollen die Scheisse? Jetzt seid ihr weg, ist klar. Junge, Junge, Junge. Dann hacken wir hier mal die Kamera. Nein! Nein! So. Okay, nice. Haben wir. Dann, da drüben blinkt auch noch was, also das ist ein Taxi. Dann hier ab zum Cop Job. Hört sich irgendwie irgendwie komisch an, wenn ich das sag. Cop Job. Hm. Hm. Go, 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 go! Mal versuchen, ein bisschen schön zu fahren und nicht immer alles kaputt zu machen. Sonst kriegt da sehr viele Punkte Abzug. Los! 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 Die gehen einfach ziemlich schnell immer vorüber. Kann man echt nichts gross dazu sagen. Hier haben wir das Zeug gescannt, die andere Ratze ist hier unten. Naja, ich kann eigentlich cheat ein bisschen aber... Ich habe das Zeug. 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 Shit 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 Okay Ich habe vorhin 40 Leute geschlagen Also sollte das eigentlich kein Problem sein Naja Bisschen Schub Komm Schub Fuck you Shit Wenn man einmal vergeht für das ist es ziemlich schwierig Ich muss konnten, ich muss aufpassen So Ersten Field werden das schon mal Junge Wieso habe ich jetzt eigentlich so ein goldenes Teil dabei Ich muss sie separieren Um Shit Man Komm schon! Noch? Yes! Endlich geschafft! Scheisse! Alter, ist das schwierig! 1000 Triaden Vollstreck-Outfit Naja, besser als nichts. Plus 25 Sonnenheit, nice. Das nehme ich gerne. Love is Love Adi, go! Love is Love Love is Love Love is Love 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 is Love 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 Love